Heute basteln wir ganz besondere Blumen aus Papier. Was du brauchst ist Papier in deinen Lieblingsfarben, Trinkhalme, du kannst aber auch Holzspieße oder etwas ähnliches nehmen, ganz viele Buntstifte, eine Schere und Kleber. Deine Hände sind hierbei auch ganz wichtig. Auf einem Blatt Papier legst du deine Hand auf und fährst mit einem Stift die Konturen der Handfläche entlang. Das hast du doch bestimmt schon einmal gemacht, oder? Wenn du fertig bist, kannst du dir deine Buntstifte schnappen und die Hand auf dem Papier mit allem Schönen bemalen, das dir in den Sinn kommt. Je bunter, desto besser. Wenn du fertig bist, schneidest du deine bemalte Hand vorsichtig aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine Rückseite. Hierfür nimmst du ein neues Blatt Papier und die bemalte Hand, die du gerade ausgeschnitten hast. Diese wendest du, so dass die unbemalte Seite nach oben zeigt und benutzt sie so rum als Schablone für die zweite Hand. So stellst du sicher, dass die beiden Seiten später gut aufeinander passen. Die zweite Hand malst du ebenso bunt an und schneidest sie vorsichtig aus. Jetzt greifst du dir einen Trinkhalm und den Kleber. Ich benutze auch reine Unterlage, damit nichts auf den Tisch kommt. Du nimmst eine der beiden Papierhände und verteilst auf der unbemalten Seite überall Kleber. Dann nimmst du den Trinkhalm und drückst ein Ende so an die Unterseite der Hand, dass er wie ein Blumenstiel unten heraus steht. Die zweite Hand legst du möglichst genau auf die erste und drückst die beiden Flächen gut zusammen. Achte darauf, dass wirklich jeweils die gemalte Seite nach außen zeigt. Dann lässt du den Kleber kurz trocknen. Blumen haben nicht nur Blüten, sondern oft auch Blätter an ihrem Stiel. Das gleiche gilt natürlich auch für deine Blume. Hierfür nimmst du ein Blatt Papier und faltest es einmal in der Mitte. Dann malst du ein Blatt direkt an die gefaltete Kante. Das Blatt oder die Blätter schneidest du ebenfalls aus. Achte darauf, dass du nicht die gefaltete Kante durchschneidest. Jetzt kannst du die ausgeschnittenen Blätter auffalten. Auf der gesamten Innenseite verteilst du wieder Kleber. Dann legst du den Stiel deiner Blume dort auf, wo das Blatt gefaltet war. Klappst das Blatt einmal um den Stiel herum und drückst alles gut zusammen. Und schon ist deine kunterbunte Blumenhand fertig. Stell deine Blumenhände doch in einer Vase auf. So können sie jedem zuwinken, der den Raum betritt. Die Blumenhände Die Blumenhände Die Blumenhände Die Blumenhände Krính Die Blumenhände Die Blumenhände Die Blumenhände Untertitelung des ZDF, 2020